Was gibt es für Updates? Ja, gestartet ist eigentlich dieser Zeitraum, den ich jetzt betrachte, mit der Google Marketing Live. Das ist also die Konferenz, die Google einmal im Jahr abhält, wo einfach gewisse Veränderungen, neue Funktionen, eine gewisse Prognose einfach dargestellt und präsentiert wird. Das heißt, zum Beispiel hat Google gezeigt, dass das ganze Thema der Anzeigentexterstellung in Zukunft sehr viel mehr KI-Funktionen hat. Das heißt, du kannst da gewisse Begriffe eingeben, du kannst gewisse Befehle eingeben, sogenannte Prompts und Google erstellt dir im Prinzip Anzeigentexte. Dann wird Google auch in Bildern die KI-Funktionalität abgeben. Das Google Merchant Center ist ja im Prinzip das Programm, womit du als Online-Shop all deine Produkte einpflegst und alle Produkte mit deren Informationen, also Titel, Bild, Beschreibung, Verfügbarkeit, Versandkosten, Preis und so weiter einfach einpflegst.